Und was gibt's Neues bei euch im Leben so? Ich bin natürlich Silver 3. Das Einzige, was Foxy zum Leben einfällt, ist sein Valorant-Rank, Alter. Ich hab letztens den Tag, wo wir noch so lange gezockt haben, am nächsten Tag einfach zwei Klassenarbeiten geschrieben. War super. Oh. Eif, fuck! Also, das war eigentlich relativ easy, also, das ging schon. Ja, gut. Besonders in Viso war schön, ne? Die Klassenarbeiten in Viso hätte man sich sparen können. Wir durften einfach alles mitbenutzen. Das Buch, die Aufzeichnungen, Internet, wir durften alles nehmen. Das ist eigentlich bloß rauszusuchen. Studierst du oder machst du... Ne, studierst du? Wenn er studiert, hat er kein Viso, Alter. Ja, weiß schon nicht. Ich hab nicht studiert, ich hab eine Ausbildung gemacht. Gar kein Kopf zum Studium. Genau, du musst bis 9 Uhr nur Valorant spielen und dann schlafen gehen. Genauso. Da ist echt gar kein Platz zum Studium. Das geht doch im Studium auch, ne? Ja, das geht im Studium auch. Also, ich studiere und ich mach das auch. Na, ich studiere. Echt, was denn? Informatik. Oh, stark. Damals hätte ich entweder Informatikstudium anfangen können oder die Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe. Also, Elektrika. Ist aber schwer, das Studium? Ja, geht. Die ganzen Mathe, die ganzen Mathe-Unterthemen sind Arsch, aber der Rest ist eigentlich total easy. Bei mir war es halt Mathe oder Hebammenwissenschaft. Hebamme? Ja. Stark. Und, ja, das ist halt nur so... Sachen. Muss man als Hebamme Mathe können? Muss man nicht einfach nur ein Kind halten? Nein, deswegen hab ich ja gesagt, das war bei mir jetzt ein bisschen Informatikstudium. Achso. Achso. Was soll ich schon sagen? Kann man den Kindern überhaupt schon Mathe beibringen als Hebamme? Ich glaub nicht. Das kommt so raus, wie so. Was ist alles bereit? Ja, das Kind ist gerade auf die Welt gekommen und schon geht der ganze Stress los, ey. Da ist ja gar keinen Bock drauf. Na ja, gleich gut vorbereitet auf den Rest des Lebens. Ja, Dinger, mit zehn erste graue Haare. Mit neun schon fünf Ausbildungen fertig. Mit zwölf deinem Familienvater. Das war ich nicht so. Oh, B. Foxy. Foxy am Start. Foxy. Boah, ich glaub, ich brauch die E-Sport. Classic. Anders kann man nicht spielen. Boah, Alter. Ich hatte Ferrari, ich hab's gemacht, habt ihr das gesehen? Hi. Komm hier bloß nicht mit sowas an, Alter. Gehelfen Sie mich, bin in Gefahr. Boah, das kann immer jetzt so laufen, ne? Also ich muss mich nicht beteiligen. Foxy carryt ab jetzt, wenn du gut bist. Ja, find ich gut. Seh ich genauso. Dann geh ich auch mal kurz auf K, ne? Und Foxy macht das dann. Ja, ich will dann mal Wendel, ne? Foxy, tschüss. Och ne, ja. Ja, komm, request it, ich kauf dir. Ja, ich will sowieso Wendel. Ich mein Foxy, aber der hat sich schon selber gekauft. Hat sich schon versorgt, der Junge. Foxy braucht dich nicht, der ist finanziell unabhängig, der Mann. Das ist nicht so wie ich. Achso. Achso, komm, komm. Ah doch, jetzt. Killjoy, träg dich. Killjoy. Hier ist Concast. Ich hab den Spike. Oh mein Gott, ich lagge. Ach, alles gut. Achso, ruhig. Ach, da oben ist Rainer noch mit ihrer scheiß Marschall, diga. Ich hab gerade mein Deal rausgeholt. Oh mein Gott, mein Ping. Oh mein Gott. Ein Gegner übrig. Sie sind alle tot? Dabei muss ich doch mehr Tests durchführen. So, Foxy, ich hab deine Wende, alles gut. Alle machen sich über die deutsche Gründlichkeit lustig. Na gut. Und jetzt macht er mit Ace los. Ja, wenn mich eine Rainer nicht von wieder auf 400 Meter killt, ja. Wollte ich gerade healen. Ach nee, Foxy war das gar nicht. Vor der andere. Wer meinst du, John Schnee? Oh, die Stehe. Hm. Weicht keinen Millimeter. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, ist nix. Willst du in den Kitchen was? Willst du das? Könnte vielleicht schon, also. Damit sind wir denn durch. Ah, sie wartet auf mich, sie wartet auf mich. Warte, ich kann nicht healen. In Kitchen? Johnny! Johnny! Fast schon, ich heal mich selber, alles gut. Ey, nein! Johnny! Spike platziert. Meine Wände. Ich gehe schon, snatched ins On-Spot. Killjoy ist da oben gewesen. Könnte sein, dass ich hier gedau... Mein Gegner übrig. Amit ist es frei. Meine Hult ist bereit. Stark. Strong. Einer muss defusion. Einer hat nur eine Origin-Wände. Das ist meine. Achso. Schätze, die Moral da drüben dürfte am Boden sein. Enemy Race ist ja richtig scheiße. Hey, jetzt chattet er rein. Yes. Jetzt lösen. Nein, ich kann von mir da die Chats von den Gegnern nicht lesen. Komm auf A. Komm auf A. Das war gemein. So, die auf Sage. Setsch ist von On-Spot. Oder Ecke. Kein Hit. Kein Hit. Ja, ich habe das Game auch dann durchgespielt, Jungs. Gibt es schon Valorant 2, oder? Roto und Mortal, habe ich gehört. Ja, heute Nacht, wenn wir alle, wie, wie letztes Mal, Radiant 1, 2, 3. Ja, letztes Mal hat das nicht so gut geklappt, aber diesmal ist anders. Diesmal ist ein Wochenende, diesmal haben wir Zeit. Nee, ich muss nach Berlin. Nee, ich muss nach Berlin. Foxy hat schon gesagt, er muss heute früh durchziehen. Aber ich muss lernen morgen. Ach, lernen, Freestyle. Freestyle. Ja, John lernt auch nie für seine Arbeiten. Das geht auch. Science auf Lernen. Ja, Frau, die im Kreishall sitzt. Ja, Song, ich muss leider Freestyle sein. Oh mein Gott, die sind alle auf B. Warte, ich flash. Killdorch. Stimmt, ich weiß. Ja. Ich auch nicht. Spike platziert. Da sind zwei bei Yellow. Ach komm, fick dich doch. Mann, so eine Scheiße. Okay. Ja, okay, wir strengen uns jetzt mal ein bisschen an hier. Wir haben eine Runde verloren, Till. Da muss halt direkt die Odin her. Ja, ist echt so. Harte Zeiten erfordern, harte Maßnahmen. Halt. John. Na, hallo. Oh nein, bitte. Die packen auch alle die Odin an. Ich wein sonst. Ja, aber Odin ist eigentlich echt leicht auszutricksen. Haben wir ja letztes Mal gesehen. Ja, aber. Nicht, wenn Neon sie hat. Wow. Warte, ich hab die Ehe. Au, ich komm nicht weg. Fuck. Loppe. Wollen wir mal es doch mit? Loppe. Ich renne doch nicht weg. Bruder. Teilung hier drüben. Oh mein Gott. Das macht mich so aggressiv gerade. Jetzt wird's neblig. Ist es immer noch B? Ja. Ja, ja. Warte, ich flash. Oh, hat jetzt nochmal funktioniert. Das ist ne Sage. Da war Foxy so scharf auf den Kill. Ey, der wollte auch nicht loslassen. Die ist dahin. Ich bin 1 HP. Eigentlich 5, ne? Warte, wir picken zusammen, okay? Hi. Deine Ahnung. Letzter Leben der Verbündeten. Gut gespielt. Das war taktisch schlau. Ja. Ja. Ihre Technologie ist bloß. Ja, bitte. Ich bin ein, dass ich bei Ihnen frei bin. Scheiße. Höpp ist scheiße. Die steht. Wasser Eisburg. Ich mag's da hin. Ich habe irgendwie voll langweilig. Wasser Eisburg. Siegen, Mann. Ich kann dir kaufen. Danke, Mami. Wow! Tee, ja. Wenn's auf den einen Weg nicht klappt, dann der Mami-Weg geht immer. So sieht's aus. Wir sind auf A. Wir sind auf A. A war's. 2,5 und 1,5 Seiten. Oh mein Gott, hast du die? Warum ich nicht denn? Ich bin doch früh. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, ist halt ungünstig gerade. Aus. Lade nah. Lade nah. Ich glaub, die Reiner waren zu spawnen, die kann jetzt auf Mitte gehen. Ich muss nicht ganz kurz kratzen, gib mir ne Sekunde. Ja, kratz mal, das ist in Ruhe. Wir können auf B mit V-Tech zurückgehen, bedeutet. Also ich würd besser abhauen. Die gehen auf B, ja. Ja. Spike platziert. Platziere Alarmbot. Da oben steht auf jeden Fall jetzt schön. Die habe ich jetzt nicht gezeigt. Die haben bald, beim Spike. Oh nein. Oh nein. Ausgelockt. Ja, wo sind die? Stiffjus. Keine erwischt. Pass auf, die war mit, ne? Nein, Gegner. Ach, hier sind die, ne? Noch einer Killjoy kommt, das ist der letzte auch. Sie durch? Ja, zieh durch, du hast ja, perfekt. Noch nichts benutzt? Easy peasy. Juhu! Wir schaffen das! Ich, ich, ich gehe Echo. Ich kann sie kaufen. Ja, ich gehe viel zu offensiv rein. Hat aber bis jetzt gut funktioniert. Angriff ist die beste Verteidigung. Blockiere die Sicht! Wenn nichts geht, dann gehen die One-Tips. Der perfekte 20! Warte, ich dock hier rein. Mhm. Oh mein Gott. Wir haben nichts gesehen. Stay to seven, pass auf, den Spiegel. Scheiße, die Scheiße. Oh, oh! D.K. Warten kann spielen. Ja. Noch einer oben, Killjoy noch oben, ja. Oben, links in der Ecke. Ich hab keine Hände mehr. Ich hab den Spike. Die muss ja auch irgendwo gewesen sein. Die Spawn war die, glaube ich. Ich bin nicht hoch, weil wir haben den Spike hier. Ja. Hast du noch viel? Ne. Sie war grad hier irgendwo, da vorne. Kommt raus. Ich bin richtig low, ne? Will die vielleicht durchflanken? Ne. Sie springt, da ist sie doch. Das ist schön. Schönes Ding. Wie geil ist ein Arme-Ticht-Ein. So gefällt mir das. Wenn euch durchatmen. Eure Herzen schlagen sie wohl. Ich kann nicht mehr kaufen. Der einzige Arme-Ticht-Ein. Ja. Das ist gottlos. Irgendwann müssen wir mal Vorstellungsgespräche machen. Jeder, mit jedem eine Minute. Kennen wir auch alle Namen. So richtig schön unangenehm. Schön. Ja, auch ganz unangenehm. Licks vor A. Ah, Killjoy ist hier, Killjoy ist hier. Spikes in B. Spikes in B. Laufen könnte ich hier. Spikes in B. Alles gut. Ich hab 72. Mann! Rainer, dicker! Als ob die da so rumzieht in der Mitte. Boah, Rainer! Rainer ist mit. Ist er auf, die ist da drin gewesen? Achso, sie ist schon Tor-Tocker. Geh nicht hinterher. Wir haben den Spikes alles gesehen. Ich glaube auch, es ist ein Ding hier. Ja, Foxy ist aber wild. Der hat Bock auf den Kill. Ja, der macht das. Na, die kommt über Kitchen. Mann, ich dräng mich an. Foxy muss mal hinten da, wo die Action ist. Was zum Fick? Es ist 97. 3-Body jetzt versteh ich zwar nicht, aber egal. Wo war der Spike? Ah, gar nicht. Da ist das. Ich soll mir mal was von ihrem Aim-Up geben. Hätte ich nichts dagegen. Ich auch, also... Auf der Aim. Wer da die Action grad gesehen hat, weiß wahrscheinlich. Ja, hab ich gesehen leider. Aber schon echt. Also, keine Ahnung. Rainer ist ganz wild. Rainer ist, ich sag dir ehrlich, die Scheiße. Oh, ich war nur gar beschissen. Ja, das ist so. Hier hat jemand auch gestrayt. Ich geh nicht über Spawn. Kannst der für machen, na? Spielt Spaß hier. Zwei on heavy. Zwei on heavy. Mit sechs hier. Boah, ist die Kacke, Alter. Wir haben Tunnel in der Ecke. Natürlich genau da, wo ich nicht gucke. Auf meiner Leiche liegt in der Werner. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gehörer für Spaß. Rainer ist hier. Letzter Leben der Verbündeter. Auf Farms weht der Colmen, Rainer. Ach so, sie spankt da einfach durch. Natürlich spammt sie da durch. Was soll sie denn sonst machen? Da rumlaufen? Nein, Ziegenmann, pack die Odin weg. Toll, ehrlich gesagt, aus Versehen. Vielleicht. Ich muss noch einen save. Und jetzt alle mit einer Ghost. Wollt ihr save ihn? Ja, ich muss. Ich kann nicht. Ich auch. Komm, dann lass alle. Ja, dann lass alle. Ja, ja, wird B. Bei dir? Nein. Mann, das gibt's nicht. 50. Ich glaube, Minus 30. 50 auf Rainer. Komm, das tut ihr uns. Schade. Ich glaube, es war uns fast. Okay. Ich kann's noch nicht mehr, Bruder. Bruder, du bist 5 Meter weit weg. Groß ist dein Schwanz? Ja. Ja, ist doch so. Und jetzt mit einer Operator spielen, oder? Letzte Runde so. Nicht Odin? Wer hat den Col gemacht mit Odin? Nein, pack die scheiß Odin weg. Äh, Jet, du solltest sie eventuell kaufen. Ich mach Operator, Digga. Rein da, rein da. Ja, komm. Scheiß drauf. Ich halt, bitte. SA? Ja, die haben hier gesprayt. Die spielen Odin. Jungs, halt mich nie wieder zurück. 120. Überraschend. Auf Killjoy. Nein. Enemy Glove ist ja richtig beschissen. Was seh ich da grad? Letzter Leben der Verbündung. 40? Nein, ich mein Enemy. Also, was soll ich getroffen haben? Aber sie war schlechter. Spike platziert. Bullshit. Raine kommt raus. Mitte sein. Ich bin halt One-Short. Die Joy auch. 120. Ich kann nichts gegen diese Tide-Trainer machen. Bruder, du bist immer noch 5... Bruder, wo ist dein Motel, Alter? Also, keine Ahnung, die ist immer noch 5 Meter weit weg davon, aber die checkt es nicht. Ich würd gern wissen, warum ich keine Chats von denen sehe. Was ist denn das? Eine Seite ist wirklich wichtig. Hältst du? Bis geht's! Was ist denn das? Das ist kein Blut auf der anderen Seite? Aua! Oh, minus 78 auf Killjoy. Ja gut. Ach, dreistig. Wer hätte die Rayna nicht teabacken sollen? Ich glaube, der hat das persönlich gelaufen. Ja, die nehmen das gerade komplett persönlich. Das ist halt nur die Rayna. Wer hat die denn geteabackt? Ja, wir beide. Wie, ich hab die nicht geteabackt? Ja, wir haben die unseren dicken Schwanz losgelassen. Oh ja. Kann leider nichts dafür, dass wir einen kleinen Schwanz haben. Fühlt sich das gekriegt. Was ist denn mein Mann? Nee. Bruder, lass dein ADHS behandeln. Danke. Ja. Lade nach. Was ist denn los? Oh, TK. Elli benutzt noch Beleidigungen aus der fünften Klasse, Alter. Aua. Spike in A. Letzter lebender Verbündeter. Letzter lebender Verbündeter. Jo, hinter mir, okay. Alter, wir sind... keine Ahnung. Ja, ihr dürft... Vor allem 15. Wenn wir 15 macht man so eine Beleidigung, glaube ich, nicht mehr. Ja, für End Yourself können die... Hallo? Ich bin 16! Never! Das ist Cap! Der Foxy ist 30-jähriger Familienvater und sagt, er ist 16. Hallo? Findet einen Ansatz und dann aufhebeln. Oh, ich werde jetzt dieser Rainer töten. Ich bin eine Katze, Miau. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht der Furrykack los. Warte, ich kann flashen. Dauert bestimmt auch nicht mehr lange bis zur Odin. Na, ne. Ich glaube, zu der muss ich sogar schon gleich gehen. Digga bist du Scheiße-Cloth! Alter, okay, die Rainer macht mich aber auch lang. Okay, wir schränken uns alle nochmal ein bisschen nach. Das ist verloren. Nein! Ist es nicht? Time to Odin! Die sind... Die sind... Leute, bitte! Nein! Das wird schon, glaub mal. Oh, Odin! Alt-F4! Er kommt mit der Billig-Odi hin. Ich kann mir nicht sagen, was was. Mach dich glücklich. Okay. Ich... Jetzt rette sie einfach rein. Komm, hier. Das war's euch. Okay. Nimm die Odin. Ja. Wollt sie auch mal, ne. Statt. Einer haben. Kann so nicht landen. Hi! Letzter Leben der Verbündeten. Es macht keinen Sinn, dass Odin dann wieder nur Headshots drückt. Hat jemand in... Ja, da. Genau da. Oh, Odin! Odin! Also, du wüsstest jetzt, ob jetzt spielen die Odin. Ja. Das war's jetzt. Jetzt haben wir's wieder geschafft. Kann mir einer eine Odin holen? Nein. Nein. Also, ich hab den Skin. Geil. Das schmerzt mich, sowas zu sehen. Ja, wie ich... Hab doch. Kannst mehr. Achso. Oh. Okay. Stehle die Sicht. Ja, es war so klar. Ihr seid so dumm, Mann. Mach dir sowas vor. Warum seid ihr soo? Oh mein Gott. Habt euch die Pulp-Line gerade hier? Raze ist da mit Odin, pass auf. Oh, von hinten, von hinten. Unser Kriegsträger wurde getötet. Spike in B. Ein Gegner übrig. Ein Gegner übrig. Habt ihr Zweig. Wie ist der Fuck-Dock-Dock-Dock? Ach, Fuck. No. Ja. Denk drüber nach, was du kalt gemacht hast, ja? Foxy. Ja. Alter, er ist es heute aber auch. Was ist mit ihm? Schnee von gestern. Was vorbei ist, ist vorbei. Bildert nicht mehr. Oh, scheiße. Ich hab meinen... ... meinen DPI hochgestellt. Auszusehen. Was für ein Spielzeug? 400. Oha. Also nur so, ich bin jetzt. Guardian, du schmerzt mich auch, sowas zu sehen. Wirklich. Es tut mir in den Augen weh. Und in den Ohren. Beide. Ich bin ja so lange Odin, dass ich tot bin. Ja toll, aber dann müssen wir weiter Odin spielen, weil die jetzt auch Odin spielen. Sorry. Uns sind alle gefickt. Hey! Dankeschön. Mein Mann obes lag doch... Und in US. Jaaa, Junge! Hier hat nen Headshot. Eeehm... Ja, ich weiß noch gar nicht, wo die ganzen Leute sind. Ihr hattet euren Spaß, jetzt bin ich dran! Pass auf, Racer 7. Ah, die sind beide hier, Hilfe! Ich glaube, kommt Heaven. Puh! Ich vergesse aber auch immer zu ulten, ne? Das wäre eigentlich ne gute Ult gewesen gerade. Die wissen schon, dass, äh, Duelisten-Fragger sind. Achtung, Flashe! Er geht in Deckung! Äh, hinter der Smog, hinter der Smog schon links jetzt hinter der Wand. Du hab' ich gefickt! Okay, ne, 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 ne. Ja, auch noch schön. Unser Spalträger ist tot! Verarbeit im Angreifer-Spawn! Erledigt! Da, Gegner bei dir gesichtet! Mitte! Killt rein, bitte! Jetzt wird's nebel! Nehme ihnen die Sicht! Nehme ihnen die Sicht! Beif platziert! Bye-bye! Ein Gegner übrig! Jawohl! Also da, da greift unser Teamgeistern aber doch durch am Ende. Ich soll einen schönen Gruß von Guardian an den Ziegenmann ausrichten. Achso, das war so, dass wir uns gezockt haben. Ja, genau. Bist du zurück? Habt ihr doch noch gezockt, ja. Bis 9 Uhr. Bis 9 Uhr! Ja, genau. Ich flashe da wieder rein, ne. Nicht, dass die wieder rauskriegen alle. Warte nicht. Wir verstehen uns. Sorry. Feere! Oh, 108 auf Sage! Feere! Digga, raise fucking Granate, alter! Weck halt! Lass rotieren! Lass rotieren! Passt auf, nicht, dass von hinten jemand kommt. Äh, Foxy! Oh! Sorry, nicht mitbekommen. Der hat's... Der hat's noch angesprochen und ich hab's einfach inkubiert. Ja. Ich hab nicht mitbekommen, dass wir rotieren. Wir haben 5 Ball gesagt, wir rotieren! Ich war konzentriert, sorry. Ja, Foxy hat Discord auf 5%. Das Game auf 200. Hier wird zu 100% gleich nur Rainer uns entgegenkommen. Nur so. Ja, Ferrari Peak und so, ne. Ich krieg das Sanger. Doch nicht. Wollt ihr ne Flash? Wollt ihr ne Flash? Achtung! Ich bin das ja. Jaaaa! Wie macht Ferrari Peak, Digga? Ähm, Kitschnuss. Letzter lebender Verbündeter. Na toll. Kitschnuss direkt da. Schön dran. Ein Gegner übrig. Krass, krass. Letzten Kitschnuss. Zusammen jetzt, zusammenbleiben. Passt auf, der ist links von D-Rainer. Nein! Gott bringt's! Jetzt gehen die Fake-Calls wieder los. Hahaha, hat er wieder mit Absicht gemacht. Nee, ich hab den Rest gehört, aber ich dachte, solange es schon her ist, der hätte eigentlich... Achso! Danke, Alter! Dankeschön! Boah, lame. Komm, wir holen das sonst noch. Aber hat doch geklappt. Dann müssen wir alle Fragezeichen uns easy reinmachen, okay? Bitte. Ach, 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 der Ziegenmann ist Gold 1. Jaja. Achso! Dann hab ich das hier falsch verstanden. Ich glaube, Gold ist 2 gerade. Ne, äh, Ziegenmann hat Gold 2. Ab geht die Luzi! Bill아아 bis zu B, pass auf. Stehle die Sicht Achtung, in Flasche raus! Ein. Einer in den Öl. OieECKE?! Wo ist ne die Ecke? Er ist die Gulch dumm geplacet. Böse Ulch? RIP Reiner? Wer ist sie denn? Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Warum ich? Ich stehe hinter 5 Leuten Warum sterbe ich? Ich bin da mit in einer Snowman Ich meine hör auf Hör doch auf Spike in B Letzter Leben der Verbündete Operator in Snowman Ich bin keine Ärztin Kann aber die eine oder andere Schussverletzung fliegen Sag Bescheid wenn ihr Heilung draht Oder wollen wir Mitte versuchen? I don't care Mir egal Wie du willst Mitte haben wir noch gar nicht gemacht Nee noch gar nicht Ja dann rein da Mitte für A B oder A Keine Ahnung Entscheintisch Achso Okay Es gibt immer einer von dir Ich schmau hier oben Dein Bot hat mich gefickt Gönnt euch Leute Alarm Bot zerstört Ah 64 Killjaw 55 Ist jetzt links von dir? Ja Mein Keyboard war im Weg Ja da ist direkt einer Oh bitte keine Overtime Ja genau ich stehe auch immer in der Person drin wo ich meinen Schwanz reinramm Ich hab ein sehr schlechtes Problem Ich auch ich kann nicht kaufen Ein schlechtes Problem sonst gäbe es auch richtig geile Probleme Richtig geile Probleme eigentlich auch ja Richtig geile Probleme eigentlich auch ja Oh nein er spielt Bucky Nein nein Sorry Besser ist es Bucky ist besser Ich hab ein paar auf Vor allem auf Reins Heißt Keiner von Dünne zuh Lass mit den Auf Jungs auf den Spot Rauch Ich seh halt nichts Ich weiß jetzt nicht mal wo sie war Digger, sag doch, dass da einer rechts ist, On-Spot. Da ist rechts einer On-Spot. Ab in die Overtime. Rein in die Overtime. Let's go. Nimm dir bitte ne Vandal oder so. Oder Ziegenmann wird jetzt schnell zu Ziegen. Ich hab da nirgends mehr ne Vandal gesehen. Digger, da lagen Tausende. Ja, aber ich hatte Angst. Und du hattest sogar eine in deinem Ents, glaube ich. Das hättest du dann nicht so. Botti steht. Botti los. Fliegen wir. Und das ist schon da. Mitte, Mitte. Drei Leute mindestens, Mitte. Mitte für B. Sind On-Spot B. Und tschüss. Spike platziert. Spiele sind ein Gegner übrig. Einer kann defusen. Oh, pick mich. Kann ich mir ja schauen. Nein. Ach, komm. Das ist ein Scherz. Warum schiegst du raus während Reloaders? Ich frag für'n Freund. Hm, den kannst du Freund sagen, weil ich scheiße bin. Bitte, ich hab keinen Bock, das jetzt zu verlieren, Jungs, Mädels. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich auch nicht? Ich egal. Es gibt auch keinen in dieser Runde, der Bock hat zu verlieren. Also, der wirklich richtig möchte, verlieren möchte, okay? Ich hasse es, wenn die Games sind, sind wir da, ist aber es eben nicht. Ich bin für euch da, okay? Ne, scheiße, diese Wall aufzuschießen. Rechts einer, rechts einer, rechts einer. Ach, nur durch die Mook? Na, natürlich. Letzter Leben der Verbindeter. Ja, chillig. Warten los! Das spielt ob, natürlich. Verteidiger gewinnt. Die kann man nicht nur 1-2-1 spielen. Ja, Ellie. Die Klopf hat mich gerade durch die Smoke geholt. Ja, Boat, die hat Klopf hat 2 durch die Smoke geholt und mich minus 148.